Das, was ich zu Hause nie gemacht habe, ist ein Akku aus dem Lade. So, zweite Spiele. Kleidung von Schmuckrönen-Mensch. Fahrleiner der roten Spielekläger in folgender Aufstellung. Die Nummer eins. Für den SV Rutsch. Der Torschuss für die Nr. 10, Rico Schöner. Das ist das, was wir machen. Alle sind echt. So, das große Klausche für Rot-Weiß-Phal. Nummer eins. Mörter-Würfer. Nummer zwei. Philipp Anton. Nummer drei. Nummer 2, Danny Kretschmer, Nummer 4, Arne Röder, Nummer 9, Mikko Schaffin, Nummer 10, Christian Brunheim, Nummer 11, Felix Reicher, Nummer 12, Christopher Pötzsch, und die Nummer 19, Christian Brüger. Sollte es tun kann ich auch folgen, Schuhmann und Römerling, Salzboden, Nummer 8, Sorko, die Nummer 9, Felix Reicher, die Nummer 6, Michael Elzer, die Nummer 5, Michael Reister, die Nummer 4, Felix Schäfer, die Nummer 10, Michael Brüger, und die Nummer 7, Christopher Orle. Ja, jetzt begrüßen Sie ihn für die Sportfreude, Michael Skoll, Schlacht. Schuhmann, 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 Schuhmann Töpfe, Töpfe! So, ein erholter Standort für das war Hohen, die Zeitstrafe dafür, die Nummer 6 unter der Älze. So, ein Tor, ein Tor, ein Tor! So, ein Tor, ein Tor! So, ein Tor, ein Tor, ein Tor! So, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor! Für Anschluss an der Maske von Kampferde, die Assoziierte Verbeutung gegen Blau-Weiß-Schummelis. 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 Applaus